Was machen wir hier? Wir drehen einen Film. Wir, das sind Medienprofis aus Köln. Wir sind hier im Auftrag der Wetterau. Wir wollen mit Jugendlichen einen Film über die Wetterau aus der Sicht von Jugendlichen drehen. Dafür brauchen wir euch. Und jetzt zeigen wir euch mal ein paar Eindrücke von unserer Arbeit. Für die, die Lust haben, die können sich hier melden oder unter dem Video einfach kommentieren. Und schaut euch das mal an. Mitmachen können alle, die motiviert sind, die Lust haben auf kreatives Arbeiten. Und ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein. Wenn ihr unter 18 Jahren seid, braucht ihr eine ausgefüllte Einverständniserklärung von euren Eltern. Die bekommt ihr von uns. Und jetzt haut rein. Dann kommt aus 8 Tagen. Neu